Und Matthias Krausow vom Stolzverteid von Brandenburg mit dem Blütenbruch. Läuft so. Danke. Der ist hochgeschossen. Da geht's noch einmal. Worf auf den Erdwein. Hier noch wenigen Metern. Mit der Schikane. Hier passen nicht alle Autos gleichzeitig rein. Das ist betankt. Und Schlossauer hat sie da sofort. Er hat hier. Das ist die Startnummer 175. Die hat sich gefragt, ob du da gerade rausfährst. Das ist die Startnummer 6 oder 6 oder 6. Jawoll. Schlossauer. Auf 1. Auf 1. 2. Auf 2. Matthias Krausow. Erstes. Schöne. Schlossauer. Schlossauer gewinnt den Lauf. 10 Mal ups 2. In , Coco. Kroo-chiens.